Boah, ey, der Adrenalinspiegel gerade, der war so hoch wie, glaube ich, auf der Reise bisher noch nie. Ich bin die Drohne einfach gestartet und ein bisschen hochgeflogen, so dass man den Leuchtturm sieht. Ich habe nichts gemacht, die wurde von einem Windstoß erfasst und ist einfach immer weiter in Richtung Meer getrieben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Svenja und das ist Nils. Zusammen sind wir in unserem Tiny Camper Tummy seit November 2020 in den längsten Twitter-Wochen der Welt. Vor über ein Jahr erkunden wir zusammen die Welt und fremde Kulturen. Am liebsten entdecken wir die Natur auf unseren Fahrrädern oder zu Fuß. Hier auf unserem YouTube-Kanal nehmen wir euch mit auf unsere Reise und geben euch einen Blick in unser Leben auf vier Rädern. Los geht's! Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Hallo ihr Lieben, wir sind weitergefahren, wir haben unseren wunderschönen Stellplatz verlassen. Wir haben wirklich fast eine Woche dort verbracht, es hat uns so gut gefallen. Es war so schön da. Ja, es war so ruhig, kein Trubel, wir hatten unsere Ruhe, wunderschöner Ausblick. Aber wir wollten auch mal was Neues sehen und weiter. Und deshalb sind wir weitergefahren und jetzt sind wir hier in der Nähe von Kasch. Ja. Das ist die Stadt. Die haben wir gestern ein bisschen besichtigt, aber irgendwie war uns da zu viel Trubel und deshalb haben wir den Stellplatz da unten verlassen und sind einfach auf eigene Faust los. Sind hier einfach am Berg, eine Straße, die wir von Weitem gesehen haben, einfach mal hoch und sind hier in so eine kleine Bucht gefahren. Und ich würde sagen, vom Ausblick her, es hat sich gelohnt, oder? Was sagst du? Ja, also der Ausblick ist natürlich der absolute Wahnsinn. Der perfekte Stellplatz ist es jetzt natürlich nicht, weil wir stehen auch mitten an der Straße. Aber da im Moment zwischen 21 und 5 Uhr hier Ausgangssperre ist, ist es nachts trotzdem schön ruhig gewesen. Aber wir werden jetzt heute, denke ich mal, noch weiterfahren und schauen, ob wir noch ein bisschen was noch naturnaheres finden werden. Weiter geht's! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik Tami wackelt die ganze Zeit von links nach rechts und links nach rechts. Jetzt bin ich mal kurz rausgegangen, um hier einen kleinen Vlog aufzunehmen und habe hier hinter einem Felsunterschlupf gesucht, damit ich wenigstens mal kurz was erzählen kann, sonst würdet ihr mich gar nicht hören. Und weil es hier so windet und so ungemütlich ist, werden wir den Tag heute eher in Tami verbringen. Musik 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 Heute ist ein Tag nach dem Unwetter Es ist zum Sonnenschein belohnt, aber die Temperaturen haben ordentlich abgekühlt. Trotzdem haben wir jetzt heute die Sonne genutzt und sind wieder auf einem Bike and Hike. Also wir sind jetzt mit dem Fahrrad hierher gefahren. Es waren glaube ich so 13, 14 Kilometer. Das letzte Stück schon gut Offroad. Und ab jetzt haben wir hier die Fahrräder abgestellt und werden den Rest jetzt wandern. Unser Ziel ist wieder ein Leuchtturm. Let's go! Musik 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 Nach nochmal knapp einer dreiviertel Stunde Wanderung jetzt hier hoch sind wir angekommen am Leuchtturm. Es ist auch ein wunderschöner Ausblick hier, aber es ist so windig, dass wir den kaum genießen können. Es ist jetzt auch bitterkalt, wenn es so windet. Und wir suchen uns jetzt hier ein windstilles Örtchen, wo wir ein bisschen was essen können. Und dann geht es auch wieder runter. Musik 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 Oh Mann, wir kamen auf die grandiose Idee, bei dem Wind drohndes zu fliegen. Wir dachten uns, wenn wir schon mal hier sind, das sieht bestimmt super schön aus mit dem Leuchtturm auf der Drohne. Ich habe die Drohne gestartet, steigen lassen und so auf der Höhe von 20 Metern ist sie einfach, wir haben sie hier gesehen, wurde von einem Windstoß erfasst und wurde mehrere hundert Meter einfach in die Richtung geschleudert. Wir haben nur auf der Wernbedienung gesehen, 200 Meter, 300 Meter, 400 Meter, man konnte nicht gegensteuern, gar nichts. Ich wollte sie dann zurückkehren lassen, hat sie gesagt, nee, macht sie nicht zu hohe Windgeschwindigkeiten, musst du selber machen. Alles wurde auch, alle Funktionen, die sie hatten mit Hinderniserkennung und sonst, wir haben sich abgestellt, weil zu hohe Windgeschwindigkeiten. Und ich war schon so, ich habe die Drohne echt schon im Meer liegen gesehen und uns ohne Drohne. Aber ich habe sie dann so weit wie möglich runtergeflogen. Also ich habe dann auf der Kamera geschaut, dass ich keinen Baum oder so erwische und habe sie dann auf minus 30 Meter von uns hier auch gekriegt und dann gehofft, dass dort halt ein bisschen windstiller ist und dass ich sie dann irgendwie zurückfliegen kann. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, sie Meter für Meter zurückzufliegen, bis wir sie dann wieder gesehen haben. Da haben wir auch gesehen, wie sie rechts, links, hoch, runter, also das war echt nicht lustig. Und hier auf den letzten Metern waren dann auch die Bäume noch im Weg und ich konnte sie nicht höher fliegen, weil da wieder zu windig war. Und dann musste sie sich ja noch nicht die Bäume durchsteuern und wir haben es geschafft. Sie ist wieder bei uns, aber ich habe sie echt schon verloren gesehen. Ich bin so froh. Aber ich war noch so schlau und habe dann bei der Rückkehr auf Videoaufnahme geklickt. Das heißt, wir haben trotzdem ein paar Aufnahmen für euch. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Gestern ist unser Gas leer gegangen. Deshalb wollten wir hier mit dem Fahrrad in die nächste City fahren und hatten das Gas hier hinten schön auf den Gepäckträger gespannt. Und dabei sind uns mal wieder wirklich verrückte Dinge passiert. Erstmal sind wir so nach der Hälfte der Strecke, es waren ungefähr fünf Kilometer, hatten uns einen Rollerfahrer überholt und schon gestikuliert und uns dann rechts ran gewunken. Dann haben wir gesehen, dass es ein Gasverkäufer ist, der genau solche Kartuschen bei sich auf dem Roller dabei hatte. Der hat uns dann einfach unterwegs so eine Gaskartusche verkauft hat. Es hat 25 TL gekostet. Keine Ahnung, ob das jetzt für hier teuer war oder nicht, aber es sind weniger als drei Euro. Also wir fanden das einen wirklich fairen Preis. Und dann konnten wir auch schon umkehren und dann sind wir auf dem Rückweg in so einem Minishop noch vorbeigekommen und wollten noch Orangen kaufen. Die gab es da allerdings nicht. Aber ein Einheimischer, der auch dort einkaufen war, hat mitbekommen, dass wir auf der Suche nach Orangen sind und hat uns dann abgefangen und bedeutet, kommt mit, kommt mit. Und dann hat er uns in seinen Garten geführt und uns das hier mitgegeben. Wir hatten es uns dann frisch von den Bäumen gepflückt, wollte dafür auch auf gar keinen Fall was haben. Also es ist wirklich verrückt und schön, wie gastfreundlich die Türken hier sind. Also es ist wirklich verrückt und schön, wie gastfreundlich die Türken hier sind. Das ist wirklich verrückt und schön, wie gastfreundlich die Türken hier sind. Und an dieser Stelle und an diesem wunderschönen Stellplatz beenden wir auch dieses Video, da ich gerade krank im Bett liege. Aber es geht schon wieder bergauf. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr das Video fandet. Bis zum nächsten Video. Tschüss. LKW. 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 Stand. LKW.